Möchtest du einfach gut riechen? Mit diesen drei Tipps begeisterst du dich und dein Umfeld. Tipp Nummer 1, achte darauf süße, frische und holzige Düfte zu tragen, denn diese Düfte gefallen tatsächlich den meisten Menschen hierzulande sehr, sehr gut. Das heißt zum Beispiel sowas wie ein Cherry Punk, ein super geiler Kirschduft, alternativ dazu ein Oxford von Roberto Ogolini oder zum Beispiel ein Bois Imperial von Essential Parfums. Diese Düfte sind einfach zu verstehen, riechen sehr gut und haben eine super Preisleistung. Tipp Nummer 2, Finger weg von zu starken Düften. Ist ganz einfach so, dass je stärker ein Duft wird, desto schwieriger ist er meiner Ansicht nach auch zu tragen. Und Tipp Nummer 3, den ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, ist ganz einfach lieber Qualität statt Quantität. Das heißt anstatt 10 Designer Düfte zu haben, investiere dein Geld doch lieber in 2 oder 3 Nischen Düfte, die deutlich hochwertiger riechen, die eine bessere Performance haben und die dich deshalb langfristig auch glücklicher machen.